Sie fühlen einfach tiefer, ihre Augen strahlen einfach mehr. Sie berühren dich und dein Leben mehr als jeder andere vorher. Sie lieben viel intensiver, niemand gibt ihr so viel wie sie. Sie sind für alle ein Segen, doch warum gehen sie nur so früh? Vielleicht sind sie geborgte Enkel, vom Himmel uns eingeliehen. Sind sie ein Geschenk auf Zeit, bis sie weiterziehen? Sind es geborgte Enkel, vom Himmel zu uns geschickt? Und brauchte sie woanders, hole sie zurück. Eines Tages gingst du einfach von uns allen fort. Vielleicht musst du für andere da sein, jetzt an einem anderen Ort. Warst du ein geborgter Enkel, vom Himmel uns eingeliehen? Warst du ein Geschenk auf Zeit und musst es weiterziehen? Warst du ein geborgter Enkel, vom Himmel zu uns geschickt? Dann braucht er dich woanders und holt er dich zurück. malen Wir sind ein geborgter Enkel, vom Himmel, vom Himmel zu uns geschickt? Vielen Dank.